Das Bankräuber-Duo Alfie und Bertie sind nach ihrem letzten Überfall in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Man stellt fest, dass das Fahrzeug gestohlen ist und die beiden unerlaubt Waffen mit sich führen. PKW und Waffen lassen vermuten, dass damit der Bankraub begangen wurde. Eindeutige Indizien für ihren Überfall gibt es aber nicht. So kommen die beiden als mutmaßliche Bankräuber erst einmal in Untersuchungshaft. Bevor sie dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden, klärt sie ihre Rechtsanwältin, die beide schon über viele Jahre in einschlägigen Fällen betreut hat, über die möglichen Konsequenzen auf und entwirft dazu eine Tabelle. Ich will jetzt gar nicht von euch hören, ob ihr den Bankraub begangen habt. Aber jeder von euch muss sich vor dem Richter entscheiden, ob er die Tat abstreiten oder ein Geständnis ablegen will. Leugnet ihr beide die Tat, dann könnt ihr für den Bankraub nicht verurteilt werden, weil dazu die Beweise nicht ausreichen. Aber Autodiebstahl und unerlaubter Waffenbesitz? Das gibt für jeden ein Jahr Gefängnis. Ich schreibe die Gefängnisstrafe mit negativen Vorzeichen in die Tabelle, damit es sich euch einprägt, dass dies einen Verlust bedeutet. Wenn ihr euch beide zur Tat bekennt, dann wandert jeder von euch drei Jahre in den Knast. Aber es gibt auch noch die neue Kronzeugenregelung. Alfie, wenn du als Kronzeuge gegen Berti aussagst, gehst du straffrei aus. Berti bekommt dann aber für seine fehlende Geständigkeit und Reue die Höchststrafe von fünf Jahren aufgebrummt. Umgekehrt funktioniert die Kronzeugenregelung natürlich genauso. Aber denkt daran, ihr könnt nicht beide gleichzeitig Kronzeugen spielen. Wenn ihr euch gegenseitig perpfeift, dann kommt ihr nicht straffrei raus, sondern werdet zu drei Jahren verurteilt. Als Alfie wieder alleine in seiner Zelle sitzt, grübelt er über der Tabelle. Ich habe nur ein einziges Ziel. Ich möchte meine Gefängniszeit minimieren. Dazu werde ich in jeder Tabellenspalte die geringste Strafe markieren, die ich erreichen kann, wenn Berti seine Entscheidung getroffen hat. Also, wenn Berti leugnet, dann habe ich als Kronzeuge die Möglichkeit, straffrei zu bleiben. Dann werde ich also gestehen. Und wenn Berti gesteht? Dann wäre ich ganz schön blöd, wenn ich nicht gestehe. Aha, gestehen ist also immer das Beste für mich, egal was Berti macht. Und Alfie ruft nach der Gefängniswache, um sein Geständnis zu Protokoll zu bringen. In der Zelle von Berti hat sich die gleiche Szene abgespielt, denn auch Berti möchte eine so niedrig wie mögliche Gefängnisstrafe. Beide werden zu drei Jahren Haft verurteilt und können in dieser Zeit nun gemeinsam darüber nachdenken, ob es klug war, zu gestehen.